im folgenden video werden absolute noobs rocketeak spielen und das mit sehr lautem und nervigem gebrüll liegt noch nirgendwo drauf wenn ihr in der lobby seid und alex alex du gehst auf heim und ich auf auswärts ich will zuschauer sein ich will zuschauer sein ich will zuschauer sein ich will zuschauer sein wann soll wir drücken auf 4 ja 1 2 3 4 er passt doch passt doch alles gut es passt warum haben wir keine unterschiedlichen farben wählen warum ist es in unserem team oder was und das ist echt gemein ich auch warum wechselt er über das team er hat sich dann wieder zurück kommen wir sind doch zu dritt das schaffen wir sogar mit alex aber warum sind die farben so komisch habe ich irgendwann mal geändert ich wusste es auch nicht okay mario steh bereit nein siehst du alex ist voll gut der ist voll op Mensch alex fahr mir doch nicht rein hallo der hat gerade ein tor verhindert also alex hat richtig geblockt ich hätte sonst ein tor gemacht Mensch alex ich dachte du wärst auf meiner seite ja schau die zahlen besser die zahlen besser die zahlen besser du bist so geld geil Alex nach vorne nicht nach hinten hey beruhigt euch ja so wie immer so wie immer so wie immer ich bin so wie für so wie für das unser wirst ich habe mich nur leicht berührt hauptsache er klaut mir alle boost ja ich bin gleich da ich bin gleich da er wacht dafür die komplette ich bin gleich da ich bin gleich da jetzt ich bin gleich da der die Schlappe mir den Fuß und mach jetzt ein Tor! Nein! Schlecht! Nein! Nein, 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 nein! Sehr gut, sehr gut! Wie in der Viertelstunde? Das muss ich aufnehmen. Leute, wir sind da für eine Stunde, wir haben noch ewig viel Zeit. Ja, da muss ich ja noch nicht machen. Das ist eine V! Ich brauch sehr lange. Alter, ich muss für euch los, ey, also... Ich hab ewig viel Zeit. Nein! Weiße, der hat immer da gekämpft. Ich hab' nicht mehr gesehen. In Grau sieht der Wagen auch da nur so schlecht aus. Nee. Mario! Hallo! Mario ist da? Nein! Geht das? Geht das? Nein, ich komm' nicht rein! Geht das? Geht das? Nein! Super! Super! Ich hätte den haben! Ja, ich hätte den noch haben können! Super Tor, Mario! Du kannst doch im Laden den auch nicht, ne? Aber das doch nicht! Und ja, kann ich! Ja, ich hätte fahren! Ja, du warst seitlich! Doch, eigentlich schon warst du ja seitlich! Ja, aber ich hab den gut weggerät! Was? Geht's das nicht? ähm, ähm, äh, ahhh nein Leo, Leo, nein, bleib mir Leo, ich hätte Leo Marshall machen können sorry ok jetzt mach ich ein Apo Red ich mach ein Apo Red nein Apo, 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 Apo oh du Fuss... Alex... Alex lass auf die Zuschauer Tribüne gehen bitte ich hab's eigentlich voll verkackt aber ich hätte ihn jetzt machen können verkackt du Fuss... oh Alex, ich seh dich nie oh sind wir Scheiße wenn du ihn siehst, mach da ihn bei uns rein wahrscheinlich stimmt gar nicht oh sind wir Scheiße Nein, ich bin scheiße. Ich habe ihn. Ja, ich bin's. Kommt wieder zurück. Nicht hinein. Nein. Nein, nein. Ich will den Ball gar nicht spielen. Ich will den Ball nicht spielen, weißt du? Denkst du, weil ich hingehe, will ich ihn spielen? Nein, ich will lieber daneben springen. Ich finde das viel cooler. Oh. Nein. Nein. Bitte, Alex, du machst ein Tor? Was? Oh mein Gott. Nee, Alex, ich kann nicht sein. Ist nämlich weg. Scheiße. Ich mach, ich mach den Leo, oder? Nee, du machst den Leo, du machst den Leo. Sorry, ich hab nicht gesehen, dass du seitlich bist. Sorry. Ach so. Alles stimmt. Nein. Ähm, was mach ich? Was mach ich? Soll du wirklich? Den Heider! Die ultimative Zerfickung! Ähm, nein, 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 nein. Okay, keine Ahnung. Ich mach dich, ich mach dich, ich mach dich. ich bin übt ich mache jetzt sein dass du das ist uns schaltet das gut Wohooo! Oh, 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 oh Na guck euch das ab, da da! Ich hab den berührt da vorne Ja also, PUTZ! Alex, Alex! Der wird ihn gar nicht verlieren. Hey, ohne Alex hätten wir schon viel früher gewonnen. Nein! Ohne Alex hättest du verloren. Nein, weil Alex hab Tore verhindert von mir! Zwei Tore hat er verhindert, eins hat er gemacht. Ja, hat zwei Eigentore gemacht! Hat der Scheißdreck, du hast ein Eigentor gemacht! Ja, das war für Eigentore! Umu, du hast ein Eigentor gemacht. Butz! Umu, du bist die ganze Zeit daneben gesprungen. Butz! Endlich kann ich mal gewinnen. Ich kann nur mit bei dir. Oh, ich bin jetzt voller Alex, was? Nein! Mann, Michi! Mit Alex! Ich glaube, ich bin jetzt voller Alex! Mario rettet noch Heldenhaft und dann... Ah, macht das Spaß! Mario bereut dich schon! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist passiert? Oh Mut, rück den Fall rück zu ihr! Nein, 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 kann ich nicht! Es ist zu riskant! Okay, oh Mut, jetzt musst du agieren! Schön! Ah! Wie geht das? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Äh, ne, es ist Misex! Gut Michi! An der Welt! Ich bin Mr. Misex! Schaut mich an! Seht mich an! Ich bin der Krüppel Misex! Vielleicht nicht, falls wir sprechen! Du weißt das! Rick und Morty, Rick und Morty! Na, 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 na! Rick und Morty, Rick und Morty! Weißt du, dass wir mit Morty Gespräche? Ah! Aber Rick! Ja, was Morty! Klotzparade! Ich hab die ganze Nacht durch und Morty durch! Und guck mal da schon wieder die Sorte stoppen! Zauberei! Ich hab auch so einen Müllpett! Juge, Wizard Terry! Bye! Bis vor Lange! Na, Michi hat was dagegen! Ah, fuck! Jaaa! Numatron! Numatron, Numatron! Ai, 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 ai! Numatron, Numatron! Ai, 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 ai! Fuck, ich muss gleich noch was vorbereiten! Ich muss noch ein bisschen was für Rainbow vorbereiten! Ich freue mich, wie heute kommt! Äh, ja, ja! Danke, danke, danke! Ach, schade! Bitte! Ah! Äh, denkst du denn, dass du eine Vorräder für Japan? Wie, mimimimi, mimi, mimi, mimi! Du bist nicht meine Mama! Es werden einfach keine Volk mehr kommen! Ich bin da nicht so gut! Nice, Alex! Omoth! Was denn? Wo warst du denn wieder? Ich dachte, du musst zurück jetzt fahren und dann hättst du ihn getroffen, wenn nichts passiert! Alex war zu schnell! Du gehst dran! Ich hab nicht getroffen! Ohhhh... Omoth, 1 gegen 3, 1 gegen 3, 1 gegen 3! 1 gegen 3. Wo warst du? Ich war im Busch nach vorne. Wo warst du? Hast du mit Alex gespielt. Ich hab den rausgehauen. Ich kann nur ein Konter machen. Das redest du dir ein. Du bist auch die ganze Zeit nur vorne wie Alex. Ich mach hier wichtige Tore. Er guckt hier, haust mich weg. Ich hab das Gefühl, jedes Team das mit um uns spielt, verliert immer. Ja, das kann sein. Ach Mensch, Alex. Fast. Falscher Winkel. Ja. 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 Warte, scheiße. Ich muss mir doch alles machen. Alles machen, hallo? Genau, Christo, tust hier gar nichts. Ja, tust gar nichts. Schau mal aufs Scoreboard um, da siehst du, was ich mache. Ja, ich bin trotzdem besser. Stimmt gar nicht. Fünf Punkte, weißt du, wo ich bin besser. So, und jetzt eine Reinhauung. Ich dachte, Alex trifft. Ich wollte ja nicht treffen. Wollte ich schon, aber ich konnte nicht. Alex hat wieder Pfosten getroffen. Ich dachte, er schießt aufs Tor. Eins, zwei, eins. Die zwei geplant. Obwohl, er trifft aber so. Chris hätte ihn ja abgewährt. Nein. Nein, nein. Nein, noch ein zweites Mal. Ich dachte, das wäre mich. Jawoll. Umho, chicken damage. Ja, ich weiß, was ich glaube. Gut. Richtig abgehoben, der Umho. Was? Ein bisschen gefährlich, ne? Hier, grüß. Na? 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 Ah, schade. Defense! Defense! Steelers? Was? Oh, fuck. Na? Eight. Seven. Sechs. Five. Four. Letzter Angriff. Letzter Angriff. Letzter Angriff. Letzter Angriff. Ja! Wuh, wuh, wuh. Ha, ha. Boots, Junge. Boots. In deine Fresse. Boots. Boots. Ah. So, Chris. Achso, scheiße. Ich bin gerade beide hinten. Das habe ich nicht gesehen. Gleich mal, Chris. Ja. Gut. Das wird unser letzter schöner Angriff. Ja, Mann. Ah, das ist ein Schmerz. Und wegen, man verliert mit mir. Was darfst du? Wie ein Scheiß. Aber Chris hat alles gemacht schon. No Hate. Wir sind jetzt voll das Dream Team, ja? Das neue Dream Team. Ja. Ist das eine Stohle? Ja. Die geht zum Cockpit. Ich pisste auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ja. Achso, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Klar. Ah, Tamsabot ist am Start. Zauern. Ja. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Ähm. Die Stötungen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017